Äh, Folly, das ist ein mehr oder weniger bekannter. Yolo, Yolo. Mehr oder weniger bekannt, sagt er. Ja. Ja. Hallo Leute. Wir spielen heute mit Captain Blaubeer und seiner Crew. Und zwar mit Zockenbimbo und Meister Manni. Einfach mal so ein bisschen Elimination zwischendurch. Und einer von denen ist auch noch ein TS. Außer Blaubeer. Hallo. Zack, hängen geblieben. Jetzt muss man ja aufpassen, was man sagt, ne? Ja. Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet. Danke. Hilfe, Hilfe. Da, sie ist wieder da. Gucken, ob noch ein paar kommen, ne? Hoffentlich. Nein. Er hat noch nicht ein einzigen von euch eingesehen. Oh, ja. Minen hab ich schon mal gefunden. Ach, kacke. Ja, gerne. Ja, gerne. Er hat kein Ame. Okay, Minen sind erlaubt. Ah, andere Seite auch noch. Er hat mir entgegengeschmissen, ey. Natürlich. Ich musste erst mal wieder auf meine Waffe. Muss ich erst mal um die Ecke. Oh, ich muss erst mal um die Ecke zu spät gesehen. Zu spät. Das macht nichts. Nee, in deinem Fall nicht. Ah, fuck. Nein. Leu. Sorry. Tolli, oben steht einer. Raus holen. Ah, scheiße. All right. So Oh shit Nein Ja, ne, du wärst bei Multi gewesen, deswegen nein Boah, alter Übrigens 2-Hit, ne 15 Harpin War noch die Roger-Gunside Ähm, Mosin-Nugget Achso, er ist auch 2-Hit, glaub ich Eben hab ich einen One-Hit Oh Ach, komm schon Ach, kacke Nein, nein, nur Oh Weißt du, Polly, ich steh schön vor deinen Minen Überleg, ah, gehen wir mal nicht vorbei In dem Moment kommt ihr mal von hinten und latscht genau durch Der Ball weiß Oh, Alter, ist er runtergejumpt HP? Ey Ich hör, 58 Ah, einmal getroffen Aber Meister, du hast mich nicht gewollt Wir haben ja auch wieder die Mega-Helden im Team hier, wa? Oh, da laggt jemand richtig Ey, kannst mal Joker-X-Kicken, der hat einen Ping Okay, One-Hit ist die Ah, kommt drauf an, wo du triffst Oh lol, doch nicht Ah, danke Das war eine Mine Ah, die Leute latschen auch immer wieder in die Mine, oder? Ja Nicht hier reinwerfen Oh, fuck, ey So heftig, wie die AK einfach 2-Hit in den Rücken sein kann Oh lol, da Da, da kam es von der anderen Seite Rund start Rund start Aaaaaaahhhhhh Oh, Päunische. Boah, Alter. Da war eben ne Mine noch, ne? Die hat ja nicht viel mitgenommen. Socke, Alter. Nein. Du gehst mir ein bisschen auf den Piss grad. Ganz geringfügig. Oh Leute, steht noch einer. Okay, Standard, ja? Jetzt stirbt doch! Ja, die hat noch 6 HP und du hast kein erstes Mal getroffen, ne? Ganz sneaky. Nein! Hm? 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 Ja. Ja. Das geht nicht. Ja. Ja. Ja, da. Das geht nicht. Ja. Ja, da. Ja, da. Die Aufnahme wird jetzt nicht so lang, wenn so wenig Leute drin sind. Du, bei 140 Kills ist es eigentlich immer eine normale Folgenlänge Okay Das passt schon Also wenn die zu kurz sind, so unter 10 Dann bewahre ich die mal auf, bis ich noch eine habe, die unter 10 ist Und pack die zusammen Okay Das klappt schon So, okay, diesmal nicht Alter Habe ich deinen Kopf gesehen? Oh, lol Boah, alter Oh Da hat er oben jemand Nein, diesmal nicht Fick dich Nein, nein, nein Da kommt noch einer, scheiße Oh, fuck Ich bin mit mir Ich bin mit mir Ich habe gerade die Waffen gewählt Ja, das tut mir jetzt nicht leid Fuck Nein Oh, mein Gott Oh, mein Gott So, unser Gott Oh, ist ein Tee und Lauf hier? Ah, mein Gott War leer Was noch? Ich, 33 Ich, 33 Schön Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott da mein team kann ja ja ohne mani werte für aufgeschmissen bei unser team jetzt glaube ich auch nicht gerade so gut ist und ein musste allein mal unseren endboss x angucken der guckt sich den krisen und die spinns am spawn an ja wirklich fast nur lorenk sie da drin ach komm Fuck. Leg. Oh, nice money. Alter Schwede. Die Minen of Doom. Oh, nice. Oh, er zieht. Und weiter, weiter, weiter. Oh. 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 Ich springe ohne Rinder. Ja. Cool, ne? Oh. 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 Vorsicht, da ist Manni. Ah, das tut. Diese Nades. Welche? Gerade Double Nades. Geworfen. Oh, dass man da nicht durchschießen kann, das geht mir so auf den Piss. Du Schlingel, du. Komm, Inkel, muss ich noch machen. Ja, den solltest du sehen. Ach, komm schon. Naja, war jetzt noch nicht so ein geiles Spiel. Oh, da habe ich noch. Ach, Mist. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank.